Prozente-Sale-Rabatte. Wer Geld sparen will, kauft jetzt. Zumindest lassen uns viele Händler das glauben. Herbst, Winter, was halt alles übrig bleibt. Die Wintersachen, die müssen rauskommen, damit die Frühjahrskollektionen reinkommen. Also geht shoppen! Sind das alles echte Schnäppchen oder reines Marketing? Einige Aktionen, die äußerst attraktiv für den Kunden sind. Gibt es zum Start ins neue Jahr die großen Preisstürze? Wie erkennen wir echte Rabatte? MEX auf Shoppingtour. Zusammen mit Florian Kriegel vom Preisvergleichsportal Idealo schauen wir uns die Preisentwicklung der Kategorien Fahrrad, Technik und Haushalt und Spielzeug an. Wir haben uns aktuell knapp 100 Kategorien angeschaut. Und wir haben die Preise jetzt Anfang Januar mit denen aus dem November und Dezember verglichen. Und natürlich bietet sich so ein Jahresanfang auch an, um hier wieder Rabatte anzubieten. Unser erstes Produkt, das Fahrrad. Und das hat in den vergangenen zwei Jahren so einiges mitgemacht. Während der Pandemie war die Nachfrage so hoch wie nie. Ein Angebot aufgrund der Lieferkettenprobleme aber kaum vorhanden. Jetzt hat sich die Lage um 180 Grad gedreht, sagt uns Frank Behring von Fahrrad Rückenwind aus Friedberg. Hatten wir vor zwei Jahren noch einen fast leeren Laden. So haben wir jetzt eigentlich 100 Prozent plus Lagerauslastung. Das heißt, unser Lager ist voll. Wir haben zusätzliche Kapazitäten schaffen müssen, um alles aufzunehmen, was wir zum Teil schon vor zwei Jahren geordert haben. Das führt natürlich dazu, dass unser Angebot im Moment riesig ist. Wir hatten niemals mehr Fahrräder direkt verfügbar als zurzeit. Die Lieferkettenprobleme sind weitestgehend behoben. Die Order von 2021, 2022 und 2023 trudelte auf einen Schlag ein und stapelt sich in seinem übervollen Lager und sechs riesigen Containern auf dem Hof. Aktuell liegen und stehen hier rund 2000 Räder. Das trifft schon unsere Marge, wenn wir ein Rad rabattieren. Aber wir haben ja trotzdem keine Wahl. Eine seiner Aktionen, bis zu 800 Euro zahlt Behring seinen Kunden für ihr altes Fahrrad, wenn sie dafür ein neues kaufen. Der Plan scheint aufzugehen. Das ist ein gutes Angebot. Das alte Fahrrad in Zahlung zu nehmen, ist eine Option auf jeden Fall. Dass jetzt wieder neue Modelle und Fahrräder verfügbar sind, das ist auch ein Grund, warum wir uns jetzt Anfang des Jahres gleich umgeschaut haben. Ein großes Angebot und Rabatte. Das kann Idealo für die gesamte Fahrradbranche bestätigen. Wir können ja in der Tat sagen, dass wir einen positiven Trend da auf jeden Fall sehen können. Es gibt bis zu 300 Prozent mehr Angebote. Das heißt, die Fahrräder sind wieder verfügbar. Und das spiegelt sich auch in den Preisen wieder. Der Trend, dass offensichtlich die Lieferkettenprobleme sich langsam aufgelöst haben, den können wir auf jeden Fall bestätigen. Mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen, hatten auch diese Produktkategorien. Technik und Haushaltswaren. Doch auch hier gibt es bei einzelnen Anbietern viele Rabattversprechen. Ich habe mir diesen Monat auch eine Apple Watch gekauft, da hatte ich auch 0,20 Prozent drauf. Meine Schwester hat sich jetzt ein Handy geholt und da hat sie auch knapp 30 Prozent bekommen. Oder dieser Fernseher. Der sollte mit Januar-Rabatt statt 3.099 Euro nur 1.749 Euro kosten. Ein Blick auf die Preiskurve zeigt allerdings, dass der Fernseher in den vergangenen Monaten nie mehr als 1.800 Euro gekostet hat. Oder diese Waschmaschine von Bosch. Statt 1.200 Euro gab es die Anfang Januar für 669 Euro. Ein echtes Schnäppchen? Auch hier zeigt der Blick auf die Preisentwicklung der vergangenen Monate, die gab es auch häufig noch deutlich günstiger. Wir empfehlen immer wirklich die Preise zu vergleichen, weil mit hohen Rabatten geworben wird. Und diese Rabatte entsprechen meistens, beziehen die sich auf Fantasiepreise wie die unverbindliche Preisempfehlung, nicht aber auf Marktpreise. Und erfahrungsgemäß ist der November und der Dezember sind die günstigsten Monate. Und wie sieht das beim Spielzeug aus? Trotz Inflation, am Kind wurde Weihnachten nicht gespart. Und so hat die Spielwarenbranche wieder Rekordumsätze eingefahren. Purzeln jetzt, da die Nachfrage nachlässt die Preise? Genau davon ist zumindest die 14-jährige Lili ausgegangen und hat mit dem Kauf ihres Lego Friends-Sets extra noch gewartet. Und dann habe ich halt gesehen, vor Weihnachten hat es glaube ich so 25 Euro gekostet. Und dann bin ich halt nach Weihnachten, das war sehr knapp nach Weihnachten, bin ich halt reingegangen und es war dann auf einmal so fünf bis zehn Euro teurer. Und das trifft auf das gesamte Spielzeugsortiment zu, wie uns Wieland Sulzer von Spielwaren Sulzer in Marburg bestätigt. Bei Spielwaren ist es so, dass der niedrigste Preis wird tatsächlich im Weihnachtsgeschäft verlangt, weil jeder mit Spielwaren wirbt, weil da ist der Bedarf am höchsten. Ein Beispiel von vielen, dieses Lego Duplo Set. Das hat vor Weihnachten 79 Euro gekostet, jetzt muss der Kunde 89 Euro dafür bezahlen. Spielwaren werden ja nicht nur bei Spezialisten gekauft, sondern das können sie mittlerweile beim Discounter im LEH und Kaufhäusern und wo auch immer erwerben. Und sie alle locken in der Vorweihnachtszeit mit Kampfpreisen. Wer hier nicht mithält, lässt sich das wichtigste Geschäft des Jahres entgehen. Und das wird eben nicht im Januar, sondern im Weihnachtsgeschäft gemacht. Fazit, sie sind rar, aber echte Rabatte gibt es durchaus. Um sie zu erkennen, lohnt ein Blick auf die Preisvergleichsportale. Insgesamt aber gilt, die Winterschlussverkaufszeiten und damit feste Rabattaktionen sind überholt. Schnäppchen können im gesamten Jahr gemacht werden.